Herzlich willkommen mit Free Stocks und Fit for Finanzen zu einer Aktie im Fokus, die wir länger nicht angeschaut haben, die aber durchaus gerade jetzt mit Kurssprüngen auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich verrate noch nichts, nach dem Intro geht es los mit dem Roland Jägen. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, heute tauchen wir ein bisschen medizinisch ein, wobei manche denken könnten, bei der Aktie geht es gar nicht um Medizin, aber doch, es ist so. Genau, es geht um die Tilray-Aktie, sicherlich den Marktführer im Cannabis-Sektor und natürlich geht es da um medizinisches Cannabis, um eine Vielzahl von Produkten, um Cannabisblüten, Öle und Kapseln, die für die unterschiedlichsten medizinische Zwecke verwendet werden können. Und da möchten wir heute die Aktie nochmal etwas näher anschauen, weil die zuletzt auch stark angezogen hat. Ja und mehrere Produkte, das ist ja fast schon geschmeichelt, es gibt hunderte von Produkten, die man aus Cannabis herstellen kann, aus medizinischer Sicht. Also natürlich auch Kleidungsstücke und so weiter, aber wir wollen uns auf den Sektor fokussieren, der ja schon über 70.000 Patienten geholfen hat, nachweislich, wie Tilray selbst aus Studien hervorgehen lässt. Genau, man hat auch eine sehr große eigene Forschungsabteilung entsprechend, die sich auf diese Entwicklung dieser medizinischen Anwendungsprodukte konzentriert. Und da versucht man natürlich auch hier entsprechend aufzuklären, sowohl was die Benutzer dann letztendlich anbelangt, aber auch Informationen für Ärzte, für Apotheker und so weiter hier auch bereitzustellen. Ja, wenn die sozusagen das Ganze gut finden, dann dauert es wahrscheinlich auch nicht lange, dass es entsprechende Zulassungen gibt und die werden ja dann auch verschrieben, die Produkte. Also das ist so das Bindestück zwischen dem Endprodukt und quasi dem Patienten. Da bedarf es natürlich auch noch viel Aufklärung, weil sicherlich auch Vorurteile mit dem Thema Cannabis verbunden sind. Wir beleuchten nochmal die Firma ein bisschen näher. Die gibt es nämlich tatsächlich schon seit sechs, sieben Jahren. Gibt es schon etwas länger, ganz genau 2016 gegründet entsprechend hier und dann erfolgte 2018 auch das Listing hier an der Nestec unter dem Symbol TLRY. Ja, es ist ursprünglich ein kanadisches Unternehmen entsprechend und hat seinen Hauptsitz auch weiterhin in British Columbia und betreibt die unterschiedlichsten Produktionsstätten in ganz Kanada, aber auch in Europa und in Australien. Und ja, das war der erste Hersteller, wo es auch entsprechend diese Zertifikate gab, also GMP-zertifiziertes Cannabis. Und dann ist das Unternehmen auch sehr, sehr schnell gewachsen und hat sich insbesondere natürlich für klinische Studien eingesetzt und diese dann auch aus Kanada und aus den USA letztendlich in die ganze Welt verbreitet. Ja, auch nach Europa mit Novartis gibt es ja Kooperationen, Forschungsgemeinsamkeiten und so weiter. Und durch die Übernahme von Afria ist man tatsächlich zum großen Marktführer aufgestiegen im Jahr 2020. Genau, da ist man wirklich gewachsen, zum Marktführer geworden und aktuell wird eine weitere Übernahme hier konsolidiert, könnte man sagen. Aber da geht es nicht entsprechend hier um Cannabis-Produkte, wie man es denken könnte, sondern es geht hier eigentlich um eine andere Sparte entsprechend. Also hier wird eine Akquisition von Kraftbiermarken von Anheuser-Busch ins Visier gezogen. Und ja, da möchte man entsprechend dadurch seinen Umsatz um ca. 300 Millionen Dollar im Jahr steigern können. Das ist entsprechend die Idee. Es geht, glaube ich, um ca. 10 verschiedene Marken hier von Anheuser-Busch im Kraftbierbereich, die hier aufgekauft werden sollen. Und das soll sogar sehr schnell gehen. Also diese Übernahme ist noch für das Jahr 2023 geplant. Und das könnte durchaus ein interessanter Aspekt sein, weil das Cannabis-Business ist recht margenschwach, muss man doch sagen. Man sieht sowohl bei Tilray als auch bei den Konkurrenten. Und da hat man natürlich mit diesen Produkten vielleicht doch größere Margen. Und das könnte natürlich helfen, entsprechend hier auch irgendwann in die Gewinnzone zu kommen. Ja, als die ersten Gerüchte dazu aufkamen, ich glaube, es war beim letzten oder vorletzten Tilray-Video, hatten wir noch ein bisschen geschätzt, ob auch Cannabis dann in den Getränken vorhanden ist. So ganz abwegig ist es nicht, oder? Es ist nicht ganz abwegig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann auch eine Marke, ein Brand geben wird, wo dann auch entsprechend in irgendeiner Form Cannabis enthalten sein wird. Genau. Und deswegen heißt die Firma ja auch Tilray Brands, früher Tilray Inc. Also da hat man schon Vorsorge getätigt, sich noch mehr zu diversifizieren. In Deutschland übrigens auch bekannt, weil es auch dort in Köln, glaube ich, eine Filiale gibt oder Departons, wie man so schön sagt. Insgesamt in 20 Ländern ist man aktiv auf allen fünf Kontinenten und hat auch eine Menge an Anbaufläche. Logischerweise müssen die Pflanzen ja irgendwo gezüchtet werden. Ganz genau. Und ja, hier sieht man auch mal auf der nächsten Folie diesen Produktionsprozess entsprechend, wie der sich darstellt von der Kultivierung über die Verarbeitung, dann letztendlich über die Extraktion, Analyse und so weiter bis zum fertigen Produkt entsprechend. Und das dann natürlich auch in speziellen Rezepturen weiterverarbeitet wird. Das ist schon ein recht komplexer Prozess, der hier für die Produktion herangezogen wird. Aber da ist man sicherlich sehr, sehr gut aufgestellt und man hat es auch geschafft, sehr schnell entsprechend diese Produkte dann hier auch zu extrahieren und dann auch weiter zu verarbeiten. Ja, jetzt haben wir uns die Produkte mal genauer angeschaut oder auch den Prozess. Jetzt schauen wir auf die Finanzdaten. Da sind wir ja mehr Profis drin. Vom Umsatz her 717 Millionen. Da kann man ja schon jetzt erahnen, wie hoch der Anteil ist, wenn Anhäuser Busch, wenn das konsolidiert wird. Du hast die Zahlen genannt, man spricht so von um die 30 Prozent Umsatzwachstum, was da mindestens draufkommt. Das kostet natürlich auch ein bisschen Geld und da ist jetzt die Frage vor dem Hintergrund, dass die Firma ja gar keinen Gewinn gemacht hat, ob jetzt mittlerweile alles an Kosten implementiert wurde im Jahr 2023 und danach in Richtung Gewinnzone geschaut werden kann. Ja, man sieht für dieses Jahr auf jeden Fall einen großen Verlust, der hier auch ausgewiesen wird auf Jahresbasis entsprechend, wenn dann das vierte Quartal auch vorbei sein wird. Also das sieht schon sehr, sehr negativ aus bis dato. Die Gewinnschwelle wird aktuell hier eher erst in das Jahr 2026 hinein prognostiziert. Das ist natürlich noch ein sehr weiter Weg und das ist natürlich das, was die Aktie auch in den letzten Quartalen, in den letzten Jahren sehr belastet hat. Das Umsatzwachstum ist vorhanden, aber vielleicht auch nicht so groß, wie es in der Vergangenheit schon anvisiert worden ist, dass der große Hype, der so zu Beginn, zum Mitte der Corona-Pandemie geherrscht hat, der ist ein bisschen vorbei. Aber neben dieser Übernahme gibt es noch einen zweiten Aspekt, die die Aktie jetzt so ein bisschen beflügelt hat zuletzt. Und zwar geht es um die Lockerung der Drogengesetze in den USA, weil natürlich ist es in vielen Bundesstaaten in den USA legal, aber es gibt immer noch einige Bundesländer, wo es wirklich als harte Droge eingestuft wird, wie auch Heroin. Und da ist es dann auch, wenn wir hier nicht von Drogen sprechen, sondern von Medizin und Kanabis sehr schwierig, das auch entsprechend über Apotheken und so weiter zu vertreiben. Und da gab es jetzt von der US-Gesundheitsbehörde HHS auch eine Empfehlung, dass man es eben, dass Kanabis nicht mehr so einstuft wie Heroin, LSD und so weiter, sondern in die Stufe 3 vielleicht herabsetzt. Das heißt, in eine Substanz mit moderatem bis niedrigem Potenzial für physische oder psychische Abhängigkeit. Und das könnte natürlich allen Cannabis-Herstellern letztendlich helfen, auch ihre Produkte wirklich komplett landesweit zu vermarkten, ohne da auch noch irgendwelche Hürden letztendlich überwinden zu müssen. Da ist vielleicht dann die USA auch wieder international der Vorreiter. Da gibt es ja oftmals eine Kettenreaktion bei solchen Zulassungen. Das könnte der Grund sein, warum die Analysten, die sich zu dem Wert äußern, auch mehrheitlich auf Halten gestuft haben, weil da durchaus noch eine positive Überraschung drin ist. Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, hier spielen natürlich die Regierungen, also insbesondere die Legalisierung natürlich in den Ländern eine große Rolle. Und das hilft natürlich dann auch immer diesen Produkten, wenn es einfach viel einfacher wird, diese zu vertreiben. Von daher muss man immer sehr, sehr genau auf solche News auch schauen, weil das dann die Aktien und diese Unternehmen sehr, sehr stark in die eine oder andere Richtung bewegen kann. Genau. Apropos News, die Quartalzahlen, die kommen tatsächlich erst im Oktober. Also vielleicht sprechen wir uns bis dahin auch noch mal in dem einen oder anderen Format über die Aktie aus. Die ist ja in diesem Jahr schon ganz gut gelaufen mit 9% plus, zwar hinter dem Vergleichsindex Nasdaq zurückgeblieben, aber trotzdem kann man sagen, dass gerade in den letzten Wochen hier eine regelrechte Aufholjagd vonstatten ging, auch im Vergleich zu den Wettbewerbern. Und man hat ja bei den Erwartungen auch eine relativ gute Sichtweise in den letzten Jahren immer gezeigt, ist also nicht weit abgewichen von dem, was man prognostiziert hat und dann lieferte. Genau. Es gab sogar die eine oder andere leicht positive Überraschung und das hofft man vielleicht auch, dass das 2024 der Fall ist. Es soll eine Umsatzsteigerung geben und wenn dann vielleicht noch mal eine positive Überraschung dabei rauskommt, kann das natürlich auch die Aktie sehr beflügeln. Ja, ich lasse mich jetzt mal positiv überraschen, was du zum Chartbild mit dem FreeStocks Tool sagst. Ja, schauen wir die Aktie etwas näher an, hier im FreeStocks WebTrader. Ich denke, die Rechte habe ich noch nicht vollkommen. Vielleicht kannst du noch mal kurz schauen, dass ich den Chart hier auch entsprechend teilen kann. Direkt drüber, jawohl. So, und da haben wir ihn auch zunächst im Wochenchart und da sieht man entsprechend, natürlich, es gab die Euphorie im Jahr 2021, Ende 2020, Anfang 2021 und dann eigentlich einen Abwärtstrend über die letzten Jahre und wenn man dann etwas reinzoomt in den Tagesschart, sieht man, die Aktie war sehr lange im Abwärtstrend, das sieht man in den kleinen Durchschnitt, aber es hat sich zuletzt hier im Sommer über die Monate Juni und Juli ein Boden ausgebildet und jetzt ist die Aktie auch stark angesprungen entsprechend hier im August und hat auch noch mal den nächsten Impuls hier Anfang September hingelegt. Man ist wieder über allen drei gleitenden Durchschnitten. Der 200-Tage-Durchschnitt ist zwar noch abwärts geneigt, die anderen beiden drehen nach oben und ich finde diesen Bereich von ca. 2,5 Dollar durchaus spannend. Also sollte es hier einen Rücksetzer geben und dann vielleicht die beiden gleitenden Durchschnitte von der Unterseite hier auch nachgezogen haben, ist das ein interessanter potenzieller Unterstützungsbereich für die Aktie und nach jahrelangem Abwärtstrend könnte es wirklich in Kürze der Fall sein, dass die Aktie auch in einen potenziellen Aufwärtstrend übergeht und dann winken da durchaus auch höhere Kursziele auf der Oberseite, wenn man etwas rauszoomt. Ich denke, ein Bereich sticht da etwas heraus, der Bereich von ca. 4,4 bis 4,5, 4,6 Dollar. Das war ein wichtiger Bereich in der Vergangenheit. Also man sieht, das ist ein volatiler Wert, ein riskanter Wert, auch von daher vielleicht, wenn man ihn handelt, nicht mit zu großer Positionsgröße handeln und dann auch entsprechend mit dem entsprechenden Risikomanagement. Also da sind durchaus zweistellige Renditen drin. Aber ich würde aktuell vielleicht den Rücksetzer abwarten, vielleicht auch die Quartalszahlen abwarten und wenn sich der Trend wirklich umkehrt, wie es aktuell die ersten Anzeichen dazu gibt, könnte es ein interessanter Wert vielleicht für die nächsten beiden Monate sein. Man muss sich ja nicht immer nur Getränkehersteller oder Konsumgüter anschauen, sondern vielleicht auch nochmal als Beimischung genau sowas. Deswegen haben wir den Wert vorgestellt und werden natürlich auch weiter aus anderen Sektoren berichten. In der Playlist von Freestalks hat mir wieder viel Freude gebracht. Lieber Roland, wir sehen uns morgen wieder. Mir auch. Wir sehen uns morgen noch zum Wochenabschluss und ansonsten allen erfolgreichen Handel und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.